Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich spiele Minecraft mit ganz vielen Mods. Hier blinken die Generatoren fleißig vor sich hin. Das heißt, hier passiert was. Und was hier passiert, das zeige ich euch mal eben kurz. Ich habe ein bisschen Schönheit, Reparaturen, naja eigentlich nicht Reparaturen, Renovierungen gemacht. Ich habe hier ein bisschen Rasen angeseht und ein bisschen Fahrt gelegt. Der Schalter, das Control Panel und der Schalter. Ich habe angefangen hier mit dem Kontrollhäuschen. Für den Reaktor da, das Panel und der Schalter, die sind jetzt auch hier genau hierher umgezogen. So, habe ich doch noch das richtige Wort gefunden. Und wie ihr da sehen könnt, 4 Stunden 19 dauert es noch, bis der durch ist. Warum wird das gerade nicht aktualisiert? Hängt das Schildchen. Machen wir mal so. Jetzt müsste der Reaktor aus sein. Das interessiert den hier aber gar nicht. Machen wir mal einmal so. Nein, kein E da rein. Der hängt. Warum hängst du? Das war eigentlich überhaupt nicht das, was ich jetzt machen wollte. Aber immer gut, wenn man mal nachguckt. Dann machen wir mal so. Und so. Und gucken hier rein. Da ist Redstone an. Der leuchtet grün. Und der zählt weiter. Daran liegt es also nicht. Der ist schon halb runter. Eigentlich müsste der eine ganze... Das ist übrigens ein Temperaturmonitor. Den, wie ich ja erzählt hatte, die können hier überhitzen. Und die Dinger hier, die kann man einstellen. Die können bei einer bestimmten Reaktortemperatur ein Redstone-Signal ausgeben. Ich habe noch nichts gefunden, wofür ich das gebrauche. Deswegen steht der hier einfach mal nur so rum. Was ich aber gemacht habe, ist hier draußen, Türen wieder zu, eine erste Produktionsstraße in Betrieb zu nehmen. Das ist so gar nicht Recycling. Das ist, naja, vielleicht ist es doch ein bisschen Recycling, weil das Zeugs, was ich da benutze, das fällt beim Recyceln an. Ich habe hier ein paar Stromleitungen, ein paar Pfosten gesetzt, dass die einzige Möglichkeit, diese Industrial Craft Kabel zu verstecken, ist mit diesen Foam Blocks. Das ist Construction Foam und den habe ich rot angemalt, weil das hier Höchstspannung ist. 2048 EU. Es gibt darüber noch Extremspannung mit 8192, aber so albern wollen wir dann doch nicht werden. 2048 reicht uns. Deswegen habe ich hier die Blöcke rot gemacht. Wenn ich hier die Blöcke habe ich da, tschüss, komm wieder her, die habe ich da drunter gesetzt, weil es, wie gesagt, keine Möglichkeit gibt, die mit Covern oder Fassaden oder so abzudecken. Und wenn ich hier so ein Iron Fence drunter setze oder irgendwas anderes, dann hängt das immer noch in der Luft und das sieht irgendwie blöd aus. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das die einzige Möglichkeit ist, die ich habe, dann machen wir da eben Construction Foam drauf. Das ist jetzt nicht der Gehärtete, denn Scaffolding kriegt man da auch nicht rein. Und Construction Foam, da habe ich ja da drüben schon eimerweise, hunderte von Eimern tatsächlich gebraucht. Der ist relativ aufwendiger zu stellen und deswegen steht das Ding jetzt hier. Das Ding macht nichts anderes als Construction Foam und das kann ich mal von oben nach unten zeigen, bevor ich es einpacke. Hier oben fangen wir an mit Cobblestone in einem Cache, 10.000 Stück als Vorrat. Das wird rausgepumpt in diese Thermalzentrifuge. Die hat ein paar Overclocker-Upgrades, damit sie ein bisschen schneller ist. Die macht aus Cobblestone Stone Dust. Der wird in einen Cache zwischengelagert und aus diesem Cache geht es in eine Auto-Workbench. Ich habe die Buildcraft Auto-Workbench hier genommen, weil die keine Energie braucht. Es gibt keine Industrial-Craft Auto-Crafting-Geschichte. Ich muss also irgendwas nehmen, was von einem anderen Mod kommt und die Auto-Workbench ist die einzige, die keine Energie braucht. Auch der Crafter von RF-Tools oder die Auto-Crafting-Table heißt es, glaube ich. Cyclic Assembler gibt es noch und noch ein paar andere Sachen und alles braucht in irgendeiner Form Energie. Also habe ich stattdessen diese Auto-Workbench genommen. Die ist wirklich langsam, wie ihr hier sehen könnt. Aber da kommt dann noch Clay und Sand dazu und das Ganze wird über Retriever hier reingepumptet. Damit kann ich nämlich die Anzahl der Sachen, die da in diesem Inventar sind, kontrollieren und steuern. Das bedeutet, die läuft mir nicht aus Versehen mit einer der Zutaten voll, wenn die anderen alle sind. Und da geht es dann wieder in einen Puffer Cache. Ich habe viele Caches hier dazwischen, weil viele dieser Sachen lange dauern. Und jetzt schmeiße ich die einmal an mit einem riesen Vorrat und dann habe ich bis hier unten hin jede Menge und muss nicht darauf warten, dass das hergestellt wird. Hier ist also ein Cache für dann den CF, für den CF-Powder, so heißt der. Und der wiederum wird in diese Fluid Solid Cadet Machine gepumpt. In die pumpe ich von hinten aus dem Reservoir Wasser rein und die steht auf Fluid Enrich. Und die benutzt das Wasser und den CF-Powder und mischt den zusammen und macht daraus Construction Foam. Der wird, das funktioniert ausnahmsweise hier, der hat ein Fluid Ejector Upgrade. Das heißt, der spuckt Flüssigkeiten automatisch aus. Und dann brauche ich hier keinen Servo. Ich habe hier oben an der Zentrifuge ein Ejector Upgrade, was eigentlich Items rausschmeißen können soll, eingebaut. Und das funktioniert nicht mit der Pipe. Vielleicht hätte es direkt auf dem Cache funktioniert. Das habe ich nicht ausprobiert, aber ein Servo funktioniert auch. Der spuckt also die Canning Machine hier, die spuckt also ihren Construction Foam in dieses Fass, mal wieder einen Puffer, aus. Und von diesem Puffer geht es dann in diese zweite Fluid Solid Canning Machine. Und die ist dazu da, dann, die hat jetzt acht Eimer voll in ihrem Tank, die ist dazu da, den Sprayer aufzufüllen. Warum so viele Puffer? Da oben ist klar, da funktionieren einige der Sachen relativ langsam und brauchen lange Zeit. Deswegen ist es ganz gut, wenn man zwischendurch immer eine Stufe mit Vorräten hat. Dieses Fass ist hier da, weil in diesen Sprayer, wo habe ich ihn hingepackt? Gut, hier müsste er drin sein. In diesen Sprayer selber gehen, glaube ich, acht Buckets rein, acht Eimer voll. Das ist genau das, was die Canning Machine ausspuckt. In dieses Backpack gehen 80 Eimer rein, das Zehnfache. Wenn ich also dann hier das Backpack voll machen will und hätte hier nur acht Eimer, die hier vorrätig sind, dann müsste ich auf diese Maschine hier warten. Und die ist, da kann ich eigentlich nochmal Overclocker reinstecken, so sechs Stück oder so. Die ist nicht die schnellste und die hat auch nur acht Eimer Vorrat. Das heißt, das wären dann maximal 16. Und dann müsste ich fürchterlich lange darauf warten, bis dann endlich mein, oh, da sind schon 90 drin, bis dann endlich mein Backpack vollgepackt werden kann. Das kann ich mal ausprobieren, wie schnell das jetzt geht. Eigentlich müsste er dann in einem Rutsch, da sind jetzt 12,7 drin, in einem Rutsch den gesamten Tank hier reinfügen. Schwupp. Ja, das macht er. Und bis der jetzt durch ist, ist der Tank wieder voll. Und 28. Hervorragend. Das geht also verhältnismäßig schnell. Kann ich noch ein bisschen beschleunigen mit Overclockern. Wollen wir aber jetzt nicht machen, jetzt will ich das verpacken. Und da dachte ich mir, vielleicht kennt ihr das. Diese Betonsilos, die es so gibt bei Firmen, die Beton herstellen. Das sind im Prinzip so Zylinder, die unten spitz zulaufen. Und sowas ungefähr wollte ich hier auch hinstellen. Und da gibt es natürlich diese ganz feinen Karten. Das Blocks, über die man sich manchmal ganz fürchterlich ärgern kann, weil die überhaupt nicht das machen, was sie sollen. Aber ich dachte mir, die probiere ich hier mal. Die setze ich mal. Das funktioniert ja soweit alles. Da kommen... Nein. So. Genau. Das soll dann hier... Ah, da ist die Stromleitung. Die muss bleiben. Die werde ich dann, denke ich mal, komplett in Construction Foam packen. Und so ist da. Der hat das... Bei dem anderen habe ich Shift gedrückt. Deswegen funktionierte das nicht richtig. So. Komm du mal wieder her. Und wenn ich dich jetzt da reinsetze... Nein, machst du immer noch nicht so, wie du sollst. Da so dagegen? Ja. Der versteht das. Und einmal hier. Der versteht das auch. Ist das großartig. Und einmal... Warum du jetzt nicht? So. Ungefähr so soll das dann spitz zulaufen. Und das hier oben drüber kann ich dann eigentlich... Ja. Da schauen wir mal, was wir an feinen Sachen hier im Chisel haben. Das ist eigentlich alles nicht so interessant. Hm. Und wie sehen die Laboratory Blocks aus? Da gibt es hier die Rusty Metal Plates. Die habe ich hier unten schon. Die sind eigentlich ganz hübsch. Das ist Wireframe. Den habe ich zugeschnitten. Hm. Ich hätte eigentlich gerne Ventilation Openings, Rusty Metal Plates, Worn Metal Column. Wie sieht denn das aus? So ein bisschen abgetragen, abgenutzt darf das ja aussehen. Jetzt habe ich meine Spitzhacke weggenommen. Das ist natürlich genau das, was ich nicht brauche. So. Hm. Hm. Machen wir mal so. Und dann würde ich gerne hier die Ecken... Das sieht nicht gut aus. Die gefallen mir gar nicht. Die haben ja eine fürchterliche Textur. Ähm. Ich zeige mal das Prinzip, was ich machen will. Denn, äh, das ist auch die falsche Richtung. Denn, äh, da denke ich mal, werde ich jetzt einige Zeit damit beschäftigt sein, so ein bisschen vor mich hin rumzufummeln. Und, äh, das ist nicht ganz so spannend zu... So. Ich bin am Rechtsklicken. Ich sollte eigentlich links klicken, weil... So. Wahrscheinlich wäre es am einfachsten gewesen, wenn ich diese Wedge einfach wieder abgenommen hätte und neu gesetzt hätte. Da sind wir doch... Genau richtig. So wollen wir das haben. Äh. Ja, so wollen wir das. So wollen wir das haben. Dann müssen wir die hier vielleicht noch ändern in... Die... Nein, die kleinere Ecke, das passt nicht zusammen mit denen. Ja, so wollen wir das ungefähr haben. Und dann wird das so ein Zylinder und ich muss mir noch ein paar hübsche Texturen aussuchen. Und, äh, wenn ich dann gleich damit fertig bin, dann zeige ich es euch. Ich habe mit den ganzen rostigen Sachen und genieteten Sachen und Wireframe und so weiter ein bisschen hin und her gespielt. Ich glaube, am besten gefällt mir doch dieses hier. Das ist Laboratory Block Wall Panel. Ganz simpel und weiß. Der macht natürlich in den Carpenters Blocks diese Linien. Die hat er nämlich außen drumherum. Die Blöcke selber, wenn man sie übereinander stapelt, verbinden sich. Aber, naja, man kann nicht alles haben. Das hier ist in dem Foam eingeschlossen. Das Kabel hier an der Seite, das werde ich vielleicht auch noch mal weiß anmalen. Mal gucken. Eigentlich könnte ich es auch so lassen. Und, äh, ja. So insgesamt ist das jetzt alles verkleidet. Das hier ist ein bisschen unglücklich. Äh, ich könnte den noch einen weiter nach unten ziehen. Dann, hm. Vielleicht baue ich das Reservoir noch einen Block tiefer. Dann, äh, sieht das etwas besser aus. Oder ich baue das zwei tiefer und mache hier da das Rohr hin. Dann könnte ich das mit so einem Cover, mit einem Summel Dynamics Cover abdecken. Da muss ich noch mal ein bisschen drauf gucken, ob mich das sehr stört oder nicht so. Aber, so ist eigentlich alles, bis auf die drei Caches, das sind die, wo ich Vorräte nachfüllen muss, ist alles soweit eingepackt und versteckt. Und hier unten ist nur noch das Ergebnis, was hier rauskommt. Übrigens noch ein Tipp, äh, den wollte ich vorhin erwähnen. Wenn ihr diesen Sprayer, da ist er, den CF Sprayer benutzt, zusammen mit dem Backpack, dann füllt nur das Backpack mit Foam. Wenn ihr beide gefüllt habt, dann kommt ihr irgendwann an den Punkt, wo hier im Backpack weniger drin ist als in dem Sprayer. Und dann gibt es einen Crash. Dann schmeißt euch Minecraft raus, weil da irgendwo ein Bug ist, der das nicht leiden kann. Wenn man den hier leer lässt, den Sprayer selber und nur das Backpack füllt, dann funktioniert das alles wunderbar. Wenn beide gefüllt sind, dann wird man irgendwann gekickt. Da ist irgendwo ein Bug. Also, ähm, ja, besser nur den benutzen. Aus irgendeinem Grund hat dieses Panel zwischendurch beschlossen, einfach, egal ob es an oder aus ist, ob eine Karte drin steckt oder nicht, das gleiche anzuzeigen. Ich habe es einmal abgebaut und wieder aufgebaut und jetzt zeigt es mir auch wieder, was der Reaktor so macht. Auf der anderen Seite habe ich auch so ein Panel installiert. Das ist ein Fluid-Modul, was da drin steckt, ein Fluid-Sensor, Liquid-Sensor, so heißt er. Der hängt an dem Fass, was dahinter steckt, an dem Pufferfass. Und der zeigt mir jetzt, das ist 100% voll. Das heißt, äh, ich kann jetzt diverse Mengen an, äh, viele Mengen, an große Mengen, an so große Mengen an Construction Foam verbrauchen. Und, äh, das produziert jetzt ohne Ende weiter, was ich dazu brauche, ohne dass ich da eingreifen muss. Ich muss nur hin und wieder mal diese Caches auffüllen. Und das kann ich eigentlich auch direkt aus dem geplanten Recycling-System hier machen. Auf dieser Seite will ich ja meinen Eingang haben. Und den machen wir mal mit so einem Diamond Chest. Und da, wo ist er? Da ist er. Da stecke ich mal so einen Ejector dran. Der müsste eigentlich, nein, mit Shift, äh, der zeigt in die falsche Richtung. Eine, so, einen Crashing-Temmer, der hilft mir beim Umdrehen. Der spuckt das hier raus und von da nehmen wir ein blaues Förderband und lassen das mal hier, na, so, da stehe ich auf dem Förderband. Lassen das mal hier in diese Richtung, so, und dann muss ich da noch einmal, na, Ja, das ist ein bisschen kompliziert, nicht auf diese Förderbänder zu treten, ähm, wieso? Wieso nicht bergauf? Geht das nicht mit Multiblocks? Mit, mit, äh, mit den Microblocks, so heißen sie. Ha, wenn ich da jetzt was draufschmeiße, wenn ich, machen wir so, wenn ich hier was rein tue, dann braucht der einen Redstone-Impuls. Ah, immer dasselbe Spielchen, so, machen wir mal ein Knöpfchen dran, dann können wir das simulieren. Und das nimmt natürlich mein Magnetring auf, das ist auch Unfug, so. Und dann fällt das da hinten runter. Ha, wie ärgerlich! Ich habe mir hier so eine schöne Konstruktion aufgedacht mit so einem Förderband, was hier, äh, mit den Microblocks über dieses Gestell bis hier hin läuft, und hier sollte das Ganze dann in einen Kollektor laufen, und der Kollektor hier ist ja gut. Ich komme dir schon nicht zu nahe, weißt du was? So, Thema erledigt. So, hier soll das in einen Item-Kollektor laufen, und der soll auch wieder in einen Diamond-Chest gehen. Und davon baue ich hier mal drei an, damit ich hier auf jeden Fall einen vernünftigen Puffer habe, um meinen Eingang, mein Inventar ist schon wieder komplett voll, um meinen Eingang bequem, äh, damit ich nicht das Problem habe, dass der irgendwann fürchterlich vollläuft, und, äh, ich dann hier einen Stau habe. Denn, äh, dieser Ejector und das Förderband, denen ist das egal, ob hier Platz ist dafür. Und da machen wir mal, äh, nehmen wir die normalen. Die Strecke ist so kurz, da brauchen wir keinen Impuls. Da setzen wir mal die hier dran, und die kriegen Retriever. Äh, ich habe nur noch einen Resonant. Na, es müsste eigentlich langsam genug sein, dass die normalen auch ausreichen. Da setze ich auf diese beiden Chests hier Retriever. Die sind grundsätzlich an, und es steht nichts in der Blacklist. Das heißt, solange Platz in diesen beiden Chests ist, ziehen die das aus dem hier raus. Und dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hier volle Blöcke reinzumachen. So ärgerlich das ist. Jetzt habe ich meinen Cobblestone weggepackt. Den bräuchte ich jetzt eigentlich um... Na, dann machen wir so. Einmal fliegen. Und die wieder weg. Und dasselbe machen wir auf dieser Seite auch. Die alle weg. Und dann kommen da volle Blöcke drauf. Und der muss wahrscheinlich auch noch ein voller Block sein. Das ist sehr schade. Na, wirst du wohl. Das sah fein aus mit dem... Ich kann meinen Ring wieder anstecken. Dann kommen mir die automatisch entgegen. So. Mache ich vielleicht noch andere Blöcke, damit das nach irgendwas aussieht, was da... Vielleicht finde ich Blöcke, die so ein bisschen aussehen wie Motoren oder sowas. Nicht auf das Förderband. Machen wir so. Einmal so. Einmal so. Und einmal da oben. Und... Dann einmal draufhauen. Und dann verbindet das... Miteinander. Dann ziehen wir das hier mal... Einmal bis zum Ende durch. So. Und so. Na. Und der soll dann in die Richtung gehen. Und dann müssen wir die noch einmal verbinden. Und dann sollte das eigentlich funktionieren, dass der von hier aus... Wenn ich meinen Ring wieder ablege... So. Da geht er hin. Drei Stück. Und die wandern jetzt hier übers Förderband rüber. Und sollten dann in dem ersten Chest laufen. Und sich dann mehr oder weniger gleichmäßig... Ich weiß nicht, das ist jetzt auch interessant zu sehen, welcher Retriever gewinnt. Der geht in den ersten. Ja. Das ist der kürzere Weg. Der wird wahrscheinlich dann zuerst voll sein. Wo ist der dritte? Ne. Sind schon alle drei da. Habe ich einen verpasst. Okay. Hm. Nicht so hübsch, wie es sein sollte. Dann kann ich eigentlich von hier aus direkt die hier schon mal bestücken. Und da dachte ich mir, probiere ich mal was Neues. Da will ich mal ausprobieren, wie die Red Power Pipes funktionieren. Die muss ich aber erstmal bauen. Project Red ist ja der Nachfolger von Red Power, beziehungsweise Red Power 2. Und mit Red Power 2 Tubes habe ich jede Menge rumgespielt. Die waren nämlich sehr praktisch. Und ich habe so den Eindruck, die Project Red Tubes könnten das auch werden. Ich habe hier ganz normale Item Transport Pipes. Wenn wir hier mal unter Transportation gucken, gibt es hier einen Haufen davon. Transport Pipes, Junction, Routed Junction Pipe oder Routed Interface Pipe, Crafting Pipe und so weiter und so fort. Und es gibt diese Chips. Und die will ich jetzt nicht alle auf mal erklären. Ich erkläre mal, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier eine Transport Pipe. Das sind die normalen. Die haben keine Intelligenz. Die verbinden einfach nur. Die geht hier nach oben. Da ist eine Routed Junction Pipe. Die ist da, weil diese Pipes mit Funktionalitäten, wo ich zum Beispiel diese Chips reinstecken kann, die dürfen maximal 49 Segmente, 49 Blöcke voneinander entfernt sein. Aber diese Junction Pipe hier, die erweitert das. Also von hier aus kann ich in diese Richtung 49 Blöcke weit gehen und ich kann in diese Richtung 49 Blöcke weit gehen. Was wir jetzt hier machen ist auf, fangen wir von hier an, an diesen Caches. Hier ist zum Beispiel der für Sand. Da stecken wir eine Interface, da sind sie, eine Routed Interface Pipe dran. So, die ist dazu da. Da war gerade so ein Blitz, der soll, glaube ich, sagen, dass das mit dem Netzwerk verbunden ist. Hier ist auch ein grünes Licht und da ist ein grünes Licht. Auf der anderen Seite sind hier rote. Grün heißt, da habe ich eine Verbindung erkannt. Rot heißt, da ist nichts weiter dran. Hier stecke ich jetzt, da gibt es verschiedene Sachen, die ich da reinstecken kann. Ich könnte einen, habe ich sie hier, einen, habe ich anscheinend nicht gebaut, einen Item Responder Chip reinstecken. Ein Item Responder Chip ist ein Chip, der sagt, ich nehme Sachen an. Ich stecke stattdessen einen Stockkeeper hier rein, der sagt, ich möchte ein bestimmtes Inventar. Ich habe keinen Platz mehr, ich muss was weglegen. So, packen wir die auch mal weg und die und die und das hier und dann haben wir ein bisschen Platz. Der Stockkeeper ist dafür da, ein Inventar zu, ein bestimmte, einen Vorrat zu halten. So, Vorrat, das war das Wort, was mir fehlte, einen Vorrat zu halten. Ich, wenn man die rechts klickt, dann hat man hier so einige Optionen. Man kann in diese Chips auch noch Upgrades reinstecken. Das geht mit diesem Utility. Das wollen wir mal nicht. Diese Upgrades können, haben zwei Funktionen. Es gibt R-Updates und L-Updates. Die einen erhöhen die Menge an Items, die gleichzeitig verarbeitet werden und die anderen, bei denen bin ich mir gerade nicht sicher. Es geht aber bei beiden um die Geschwindigkeit und die Menge an Items, die verarbeitet werden. Ich will jetzt hier Stock. Da kann ich den Modus einstellen. Refill when Items missing. Das ist okay. Das machen wir so. When Items empty. Solange wollen wir nicht warten. Refill infinitely. Das machen wir auch nicht, denn dann staut sich hier irgendwas. Wir wollen Refill when Items missing. Und zwar legen wir hier mal. Da bin ich mal gespannt, wie er arbeitet. Ich lege hier mal Sand rein. Und dann kann man hier noch Match Options, hier kann man noch einstellen, was er für den Sand hier beachten soll. Metadata ist okay. NBT ist checked. Das ist auch okay. Bei Sand ist das alles nicht so interessant. Metadata wäre zum Beispiel die Beschädigung von Rüstungen oder Schwertern oder so. NBT-Data ist das, wo zum Beispiel bei unseren Lokomotiven drin steht, welche Tonhöhe die Pfeife hat. Und Ordictionary, das ist zum Beispiel interessant, wenn man so wie wir hier drei verschiedene Arten Kupfer haben, weil drei verschiedene Mods Kupfer mitbringen. Das ist uns hier bei Sand auch egal. Und Damage Groups, da kann man, das ist das mit den Metadata, mit der Beschädigung, da kann man Sachen gruppieren. Das ist vielleicht irgendwann mal interessant. Und diesen Stock Keeper, den stecke ich jetzt da rein. Dann müsste hier, da ist ein Chip, ein Stock Keeper, da kann man also vier verschiedene Chips reinstecken. Der steht jetzt auf, ich möchte hier bitte Sand drin haben. Und, na, den Sand behalte ich mal im Inventar. Dasselbe machen wir jetzt auf dieser Seite mit einer Interface Pipe. Und dauert einen kleinen Moment und dann ist sie da auch grün. Und dann nehmen wir uns noch so einen Stock Keeper und sagen dem, ich habe mir hier keinen Ton raus. Doch, ich habe hier mir Ton rausgeholt. Refill when items missing. Einmal so. Die anderen Optionen sind Default. Und dann stecken wir den da rein. Da ist der Chip. Und das Ganze machen wir natürlich hier oben auch nochmal mit Cobblestone. Eine, wo ist sie hin? Meine Interface Pipe. So. Ah, da natürlich nicht. Komm mal wieder her. Da geht eine normale Transport Pipe drauf. Und die Interface Pipe geht da dran. Und da kommt ein, einen müsste ich noch haben. Ein Stock Keeper. Und dem sagen wir, er soll bitte Cobblestone einfüllen. Und hier habe ich jetzt das Problem, dass ich keine Interface Pipes mehr habe. Hm. Wir können das auch, genau, das war eigentlich das. Ich habe das anders geplant. Wir können das auch mit der Request Pipe machen. Eine Request Pipe ist dazu da, um Sachen aus dem Netzwerk anzufordern. Dann gucken wir mal, wie die aussieht. Ich bin mir nicht. So, nehmen wir den Chip hier mal raus. Na, komm her. Und die Pipe. Ab. So. Request Pipe. Und verbindet. Und... Ha. Aha. Okay. Die Request Pipe hilft uns nicht weiter. Die würde jetzt hier anzeigen, was in dem Tube Network an Items da sind. Es gibt hier einen Chip, das ist der Broadcaster, Item Broadcaster. Den kann ich an zum Beispiel so einen Chest hängen. Und dann steht mir über diese Request Pipe alles zur Verfügung, was in dem Netzwerk verfügbar ist. Und dann kann ich sagen Pull und kann hier Crafting einschalten. Es gibt Crafting Pipes. Und kann auch sagen Partial. Das heißt, auch wenn ich mehr anfordere, als vorhanden ist, soll er mir das trotzdem schicken. Die hilft uns hier nicht weiter. Das heißt, ich muss nochmal eben schnell... Da stecken wir wieder die Interface Pipe drauf. So. Und in die Interface Pipe einmal nachgucken, ob der noch konfiguriert ist. Der ist nicht mehr konfiguriert. Nein, Moment. Das ist... Das sind die Matching Priority. Das ist der Terminator-Chip. Das ist völlig die falsche Karte. Da kann ich lange suchen. Was der macht, dazu kommen wir gleich. Cobblestone. Stock Cobblestone 64. Okay. Das heißt dann... Kann ich da mehr einstellen? Ich möchte ja... Tatsächlich, ich kann mehr einstellen. Und das dauert eine Ewigkeit, bis ich auf 10.000 bin. So viel passen da nämlich rein. Dann stellen wir die Refill Infinitely. Denn er dürfte hier eigentlich nichts weiter reinstecken können, wenn der Cache voll ist. Und er dürfte dann eigentlich auch nicht reagieren. Dann setzen wir diese hier auch nochmal auf. So. Refill Infinitely. Einmal wieder zu. Und... Da bin ich runtergefallen. Einmal auf der anderen Seite. Auch. Wo bist du? Da bist du. Refill Infinitely. Und da rein. Und dann brauche ich nochmal eben schnell drei Routed Interface Pipes. Hier unten ist... Na. Komm, lass mich runter. Ah, haben wir Server-Lag? Wir haben Server-Lag. Dann brauche ich hier... Ah, da sind vier Stück drin. Gebaut habe ich sie. Ich habe sie noch nicht rausgenommen. Kann mal passieren. Na. So. Und die setzen wir hier drauf. Und die verbinden alle. Und da kommen Extractor-Chips drauf. Die sind wie Servos. Die pumpen einfach alles, was sie finden. Die haben auch mit Rechtsklick keine Konfiguration. Die pumpen einfach alles. Ah, die haben doch eine Konfiguration. Ich habe ein bisschen Leck. Da gibt es ein Filter mit Whitelist und so weiter und so fort. Und Extract Orientation. Wenn die in verschiedene... An verschiedene Pipes angeschlossen ist, dann kann man up, down, west, north, east, south, dann kann man einstellen, in welche Richtung extrahiert wird. Beziehungsweise wenn hier ein Chest direkt drüber wäre. Wenn ich von einem Chest in den anderen pumpen wollen würde, dann wüsste die ja nicht, möchte ich jetzt von oben nach unten oder von unten nach oben ziehen. Dann Items schieben. Dann kann man ihr damit sagen, in welche Richtung das geht. Die setzen wir jetzt aber mal ganz unkonfiguriert hier rein. Wenn ich jetzt hier in diesen Chest ein bisschen Cobblestone reinlege, dann sollte der die eigentlich... habe ich mir jedenfalls gedacht... da rausziehen. Aber das tut er nicht. Da blinkte gerade was auf. Warum machst du das nicht? Muss ich hier noch irgendwas anderes konfigurieren? Items are white... Ah, ist das das Problem? So, Items are blacklisted und eine leere Blacklist. Und dann stecken wir den Chip da rein. Und es passiert nichts. Menno! Das finde ich jetzt irgendwie blöd. Da oben blinken die Pipes immer mal wieder auf. Was mir sagen will, dass sie überlegen, was sie zu tun haben. Aber hier passiert nichts. Dann probieren wir was anderes. Ich habe keinen Broadcaster. Ich baue mal eben einen Broadcaster-Chip. Vielleicht hilft das ja auch schon. Dann müsste nämlich der Stockkeeper-Chip das über den Broadcaster sehen und anfordern können. Wie viel davon haben wir? Wir haben den Illuminar nicht. Die sind alle relativ teuer. Was brauche ich denn davon? Drei Stück brauche ich davon. Also brauche ich zwölf Illuminar. So. Und dann machen wir so. Und dann habe ich keinen Null-Logic-Chip. Das ist die Karte, mit der man... Die Basiskarte, aus der man alle anderen herstellt. Und dann gucken wir mal, ob wir damit glücklicher werden. Einmal gucken, was die für eine Konfiguration haben. Hide Mode. Filter Mode Blacklist. Okay. Filter Empty. Preference. Extract Orientation. Lassen wir auf Default. Und da geht mein Cobblestone in den Stockkeeper. Die machen Effekte, wenn die... Ah ja, da fragen sie im Netzwerk nach und... Okay. Mit den Broadcastern funktioniert das schon mal. Dann muss ich nochmal rausfinden, warum das mit den Extraktoren nicht funktioniert. Das irritiert mich jetzt ein wenig. Da muss ich nochmal ein bisschen mit rumspielen. Aber das ist, glaube ich, die Methode, mit der ich mein Recycling-Netzwerk, was jetzt hierhin kommt, ausstatten werde. Da kann man den Dingern nämlich Prioritäten geben. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich habe ja gesagt, ich möchte den Sand zum Beispiel durch den Crusher jagen, weil mir der Gold und Diamanten machen kann. Dann kann ich, beziehungsweise den Gravel, genau, Gravel will ich durch den Crusher jagen. Und dann kann ich angeben, dass ich bitte erstmal diese Dinger hier voll haben möchte, zum Beispiel auch mit dem Cobblestone. Und erst nachrangig den Rest der Recyclingstraße. Das klingt doch nach einem Plan. Fein. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen rumprobieren, rumspielen, ausprobieren mit diesen Red Power. Nein, Project Red. So heißt es jetzt. Mit diesen Project Red Pipes. Und ein paar Sachen versuchen rauszufinden, die eventuell hilfreich sein können. Unter anderem, warum dieser Extraktor nicht richtig funktioniert hat. Und dann geht es hier dann mit großen Schritten irgendwann weiter, dass wir dann wirklich mal Items aus unserem AI-System loswerden können, die wir sonst nicht loswerden. In diesem Sinne sage ich, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.